Deine PS4-Downloads sind extrem langsam. Ich zeige dir hier sieben Tipps, wie du versuchen kannst, das zu verbessern und warum manchmal auch gar nichts hilft. Tipp Nummer 1, der Reihe nach Downloaden. Die PS4 kann Updates und Games parallel downloaden. Insbesondere, wenn man nicht darauf achtet, kann das schnell unangenehm werden. Etwa wenn drei oder mehr Games parallel am Download nuckeln. Check daher deine Downloadliste und deaktiviere die Downloads, die du nicht sofort brauchst. Tipp Nummer 2, LAN vor WLAN. Von allen möglichen Optionen Daten zu übertragen, ist WLAN eine der schlechtesten. Dies hat mehrere Gründe, darunter fremde WLANs, sich überlappende Kanäle und sonstige Störquellen und Störfaktoren. Versuch daher nach Möglichkeit deine PS4 per LAN-Kabel mit dem Internetrouter zu verbinden. Achte dabei auch darauf, ein unbeschädigtes, den aktuellen Standards entsprechendes LAN-Kabel zu verwenden. Tipp Nummer 3, nur WLAN, dann optimieren. Du hast keine Möglichkeit deine PS4 per LAN ins Internet zu bringen? Dann versuch wenigstens deine WLAN-Anbindung zu optimieren. So stellst du sicher, dass deine Verbindung bestmöglich genutzt wird. Ich habe hierzu auf meinem Kanal ein Video. Dieses dreht sich zwar um einen anderen Router, den du vermutlich nicht hast. Inhaltlich lässt es sich aber auf jeden verfügbaren Wi-Fi-Router übertragen. Tipp Nummer 4, Ruhezustand ausnutzen. Klingt komisch, aber unzählige PS4-User berichten immer wieder davon, dass die PS4 im Ruhezustand schneller lädt. Um auch in den Genuss dieses Features zu kommen, musst du wie folgt vorgehen. Wechsle ins Hauptmenü und ruf dort die Energiespareinstellungen auf. Hege fest, dass die PS4 im Ruhezustand mit dem Internet verbunden bleiben soll. Versetze die PS4 danach in den Ruhezustand. Wechsle nach einigen Minuten kurz nochmal auf und prüfe, ob die Downloads wirklich weitergelaufen sind. Falls nicht, prüfe nochmal die Einstellungen. Tipp Nummer 5, Firmware aktuell halten. Es scheint ein kleines, aber dennoch wichtiges Feature zu sein, eine aktuelle Firmware. Achte darauf, dass die Firmware deiner PS4 stets aktuell ist. Tipp Nummer 6, DNS senden. In den Interneteinstellungen deiner PS4 kannst du manuell einen alternativen Domain-Name-Service, kurz DNS, festlegen. Dieser sorgt vereinfacht dafür, dass Verbindungen auf anderen, mitunter schnelleren Wegen aufgebaut werden. Vor allem Google stellt große, öffentliche DNS-Dienste bereit, die man jederzeit nutzen kann. Und zwar kostenlos. Hinterleg einfach deren IP-Adresse in der PS4. Diese lautet 8.8.4.4 bzw. 8.8.8.8. Tipp Nummer 7, nicht zocken und downloaden. Eigentlich selbsterklärend, aber dennoch gern übersehen. Zocken und Downloaden vertragen sich nicht so gut auf der PS4. Einfach, weil die PS4 die Ressourcen für das Game reserviert. Wenn du also den Download beschleunigen willst, kommst du um eine Ruhepause für deine PS4 mitunter nicht herum. Tipp Nummer 8, stoppen, starten. Was manchmal auch hilfreich ist, stoppe den Download kurz und starte ihn nach einer halben Minute wieder. Und wenn gar nichts hilft? Die vorgenannten Tipps sind gut und schön, aber nicht immer hilfreich. Fakt ist, häufig hilft kein einziger Tipp, welchen du im Netz finden kannst. Und warum ist das so? Das lässt sich ganz einfach erklären. Du lädst deine Daten von einem Server, welcher Spielinhalte für die PS4 bereitstellt. Aber dieser Server ist nicht für dich allein reserviert. Seine Ressourcen werden unter vielen anderen PS4-Usern aufgeteilt. Natürlich gibt es auch mehr als einen Server, aber es gibt sehr viel mehr Gamer als Server. Wenn also parallel in einem Gebiet viele Gamer online sind oder viele Knotenpunkte und Server bereits ausgelastet sind, dann werden die vorhandenen Ressourcen eben aufgeteilt und dein Download ist dann langsamer. Dagegen kannst du tatsächlich nichts tun.